Der Football-Club de Nantes Atlantique aus der westfranzösischen Hafenstadt Nantes ist einer der erfolgreichsten französischen Fußballvereine. Gegründet wurde er am 21. April 1943 durch die Fusion von sechs Klubs. Die Vereinsfarben sind gelb und grün, weshalb der FC Nantes liebevoll als Kanarienvögel bezeichnet wird. Bis 1984 spielt die erste Mannschaft im Stade Malakow, seither im Stade De La Beaujoa. Das heute Stade Luis Fontenau heißt und 37.940 Zuschauer fasst. Vereinspräsident ist Waldemar Kita. Die Ligamannschaft wird ab Juli 2016 von René Girard trainiert, der den vier Jahre lang amtierenden Michel de Zakarianen ablöst. Liga-Zugehörigkeit Der FC Nantes spielte von 1945 bis 1963 in der Division 2, seither bis 2007 ununterbrochen, erneut 2008 0-9 und wieder seit 2013 erst klassisch. Insbesondere seine selbst für französische Verhältnisse herausragende Jugendarbeit hat zu dieser langen Erfolgsserie beigetragen. Untrennbar mit Nantes Aufstieg in den 1960ern verbunden ist der Name seines langjährigen Trainers Jose Aribas, der hier von 1960 bis 1976 erfolgreich wirkte. Jean-Vincent und Jean-Claude Suode ausstanden anschließend ebenfalls für große Kontinuität des FCN in der Trängerfrage, zu der man auch die 35 Jahre rechnen kann, die der Verein mit demselben Manager arbeitete. 2007 wurde der Verein von dem polnischstämmigen Millionär Waldemar Kita für 10 Millionen Euro gekauft. Logo Historie Punkt, 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 Punkt. Aktueller Kader 2015 Sechzehntel Erfolge Französischer Meister Französischer Pokalsieger 1979-1999-2000 Europa-Pokale Halbfinalist in der Champions League und im Europa-Pokal der Pokalsieger Alpenpokal 1982 Für den Verein wesentliche Spieler in der Vergangenheit